Drei Viertel Acht, Viertel vor sieben, ähm, warum nicht einfach 7.45 Uhr. Was es mit Brüchen auf sich hat, erklärt uns Al-Khawarizmi, der große Mathematiker aus dem Bagdad des 9. Jahrhunderts. Das Leben wär ganz schön schwer ohne Brüche. Schon Al-Khawarizmi hatte wohl keine Lust, jedes Mal einen ganzen Liter Milch zu bestellen. Das Teilen eines Ganzen in gleich große Teile ergibt Bruchteile wie zwei Drittel, ein Halbes, drei Viertel, sieben Zehntel, ein Fünftel. Seht euch diesen Bruch doch mal genauer an. Zuerst haben wir hier den Bruchstrich, der als Divisionszeichen gilt. Die Zahl über dem Bruchstrich wird Zähler genannt und zählt die Anzahl der Teile, die da sind oder hervorgehoben werden. Die Zahl unter dem Bruchstrich heißt Nenner. Er teilt das Ganze in gleich große Stücke und gibt dem Bruch einen Namen. In diesem Fall ist der Nenner eine 5. Deswegen hängt ihr ein Tl daran und schon habt ihr ein Fünftel. Achtung, wenn im Nenner eine 2 steht, nennt ihr den Bruch immer Halbe. Wie zum Beispiel ein Achtel aussieht, sehen wir uns am Beispiel einer Torte an. Achtel bedeutet, dass die Torte zuerst in acht gleich große Stücke geteilt wird. Wenn ihr euch nun ein Stück davon nehmen dürft, so ist das eines von acht. Also ein Achtel. Brüche können unterschiedlich dargestellt werden. Wichtig ist nur, dass jede Figur in gleich große Teile geteilt wird. Bei diesen Darstellungen lässt sich das gut sehen. Die sehen ziemlich nice aus. Aber wie wissen wir, welcher Bruch größer ist? Ganz einfach. Je größer der Nenner ist, desto kleiner ist der Bruch. Ah ja, bevor wir es vergessen. Wenn wir eine Stunde in vier Teile unterteilen, dann sind 15 Minuten ein Viertel und 45 Minuten sind drei Viertel. Easy, oder? vergrünen muss. habe ich dir in zwei Minuten Administreue. ㅎㅎ, diegut. Ils mountainen. diegut.